Liebe Zuhörende von RadioTel, mein Name ist Simea Schwab, ich lebe in Kerzers und bin freiberufliche Theologin. Wenn der Westwind über die Seele anweht, ist es in meiner Wohnung immer kühl. Und dann habe ich dann auch Lust, in meinem Kachelofen Feuer anzuzünden. Während ich das heute Morgen gemacht habe, ist mir ein Lied in Sinn gekommen, das ihr sicher kennt. Zünde an dein Feuer, er im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Eiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du magst das Dunkel meiner Seele. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wenn Gott in uns neu das Glaubensfeuer entfacht, dann wird es nicht nur in uns warm, sondern auch in unserem Umfeld. Und genau das hat unsere eher kalte Welt dringend nötig. Püht nach Gott.